Sie haben keine Ahnung, was Sie schenken sollen? Verschenken Sie doch die riesige Auswahl des Kaufhaus Tirol in einem Kuvert. Das ist dann ein Flatscreen, könnte aber auch ein neuer Ski-Helm, ein Buch oder ein iPad sein, aber auch eine wertvolle Uhr oder eine Jeans und diese Sportbrille. Mit den Einkaufsgutscheinen im Kuvert können die Beschenkten dann selber auswählen. Im Kaufhaus Tirol findet jeder, was er braucht oder sich schon lange wünscht. Das macht die Einkaufsgutscheine zum idealen Geschenk. Weil die meisten nicht genau wissen, was sie schenken sollen, dann schenken sie Gutscheine. Das ist immer wieder ein beliebtes Weihnachtsgeschenk oder auch Geburtstagsgeschenk unterm Jahr. Und da freuen sich natürlich die Leute auch darüber, im Kaufhaus Tirol einkaufen zu können mit den Gutscheinen. In allen Shops im Center, aber auch in sämtlichen Restaurants oder Cafés können sie mit den Gutscheinen bequem bezahlen. Diese Einkaufsgutscheine erhalten sie beim Infopoint im Erdgeschoss des Kaufhauses. Immer, also zu jeder Zeit, solange wir wir offen haben, jeden Tag von Montag bis Samstag. Ja, und sind wir immer froh, wenn die Leute zu uns kommen und bei uns Gutscheine kaufen. Die Gutscheine verlieren nie ihre Gültigkeit und haben einen Wert von je 10 Euro. Wobei aber gerade in der Weihnachtszeit so manches Christkind für ein edles Geschenk auch einmal tiefer in die Tasche greift. Also gerade um Weihnachten herum sind es schon in den Tausenden Beträgen. Also weit über 1000 Euro, 2000, 3000 Euro oder auch mal mehr. Es kommt immer drauf an. Auf jeden Fall merkt man es natürlich zu Weihnachten, dass es viel mehr ist als sonst unterm Jahr. Wer garantiert Freude schenken will, macht das am besten mit dem Kaufhaus Tirol und den Einkaufsgutscheinen. Sie sind das ideale Geschenk, sie sparen sich den Stress beim Aussuchen oder Besorgen und es gibt sie auch noch in letzter Sekunde. Auch am 24. Dezember bis 14 Uhr im Kaufhaus Tirol. Ziemlich. 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 Vielen Dank.